So, und hallo, weiter geht's. Outlaws. Heute zieh ich ein Stück gespannt, aber das wird gar nicht. Wo soll ich das jetzt noch? Normale Tür, ja. Ich hab's eigentlich schon befürchtet, dass ich da noch muss. Dann gefällt ihm die Freitag nicht. Dann gefällt er nicht, die ganze Park nicht. Da ist hier eine Munde. Auf, da geht's weg. Ob mich das jetzt begeistern soll, das weiß ich jetzt immer noch nicht. Wie war sie denn da? Ja. Du sahst den Wallrider, nicht wahr? Du beginnst zu verstehen. Aber noch nicht. Auch Abraham hat sogar seinen Augen auf den Boden. Aber schnell, schnell! In diesem Weg! Die Begründung ist anhand! Aha. Also hier kam ich jetzt nicht durch, ne? Ne? Oberen Stockwerke? Da muss ich ja doch hier rein. Wow. So einfach will mir das Bild das aber nicht machen. Mhm. Man sieht aber auch nix. Ich glaub, es geht hier nicht. Wie ich das schon wieder sehe, ne? Hier kann man durchschlüpfen. Na? Ist das wieder so ein Pumpraum? Hm. Gleich ist alles aus, was Batterie betrifft. Hier ist so. Okay. Wollen wir gucken. Dunkel. Nein. Nein. Mann. No. Ich wollte schon fragen, wann wird der halt drumherum? Ja, eigentlich weiß ich ja. Wenn ich hier draußen bin. Hier reinklettern. Okay. Die Kammer, wir sind über da hin. Keine Dank. Ich kann ja da... Komm bitte, irgendwas. Wollen wir mal zu. Obwohl... Das können immer Fehler sein, wenn man alles zuschmeißt. Das ist wie bei einem echten Kammerkorn. Was? 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 Ich sehe wieder was. Ich sehe wieder was. Dann ziehe ich mal lang. Immer diese Schränke, wenn man sich dann verbergen kann. Kommt dann hier gleich ein Typ? Was? Was? Treppennachter. Oh. Oh. Okay. Hier geht es nicht weiter. Würde ich jetzt behaupten. Also. Ich will ja auch zu den Treppen. Oh. 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 Leider verdommen. Oh mein Gott! Oh meine Mutter! Oh meine Gott. Ah Moritz. Perf Justi... Oh. warum dreht sich denn hier? Also mit anderen Worten, wir müssen da unten an den Fahrstuhl fahren. Na dann. Ist aber kein Eingang. Im Bett. Wie hat der Hausmeister geschlafen? Hat er blinds. Mensch, hat der mich erschrocken. Ich komm nicht ran. Jetzt. Also hier unten kann nichts sein. Irgendwie nehme ich an. Mal schnell wieder raus, bevor der da einen Ausraster kriegt. Aber zuerst mal mal lesen. Kurz Pause und weiter. Komm hier durch? Nein. Mal gucken, ob der von oben, ob der hier fährt. reinsteigen können hier. Ne. Da hätte ich hier springen müssen. Dann laufen. Hopp. Hopp. Tatsächlich. Oh Mann, scheiße. noch höher. Ach so, war es ein Schlüssel. Okay. Hier hat aber ganz schön Feuer gewöhnt, oder? Was ist das? Was? 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Das sieht ja nicht gesund aus. Mhm. Drei Sicherungen. Steckschränke. Mhm. Ja. 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 Wo, wo, wo denn jetzt erst mal? Vielleicht ist es im Grunde egal. Jetzt nicht. Ja. 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 Sicherung. Ich muss ja dahin. Okay, freundlicher Mann, Hackeball in der Hand. Ein Kerl hier unten, der ist gefesselt. So, wir haben es mit einem Blick begriffen. Oh Gott! Oh Gott! Oh, Situation ist klar. Raus, hinzu und weg. Was ist denn? Was ist denn? Ja. Ja. Batterien hab ich. Ja. 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 Ich hab alles vergessen. Ach, da waren die Schränke. Dann probier ich's doch jetzt erstmal so rum. Mach das Sinn? Was läuft denn da denn? Ach so. Äh, ich hab mich verlaufen. Oh Mann. Oh Mann. Ja, so einen richtigen Plan hab ich tatsächlich noch nicht. Wie er aussieht. In der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Ich liebe dich. arbitrary, schön aus. Also Às.